Passend zum Release der Unreal Engine 5.4 haben wir ja auch ein Unreal Engine Humble Bundle, vollgepackt bis oben hin. 53 Artikel sind es an der Zahl für 28,20€. Den Link haue ich dir natürlich wie immer in die Videobeschreibung und in die Kommentare. Und selbst wenn dir nur eine Sache davon gefällt, die ich dir gleich vorstellen werde, dann lohnt sich das Bundle auf jeden Fall schon. Mit dabei sind Volemetrics, jede Menge Animationen, auch Rifle-Animationen, Panzer, Stylized Dome Shader ist dabei und jede Menge weitere Mo-Caps noch. Und Sounds, jede Menge Sounds, hier unten sind noch mehr Sounds, Stylized Barrier Shader, noch ein Panzer hier war, noch ein Generator hier, Book Generator, ein Flaggengenerator und was sagen wir noch, noch mehr Sounds, Animationen und ein Hologram Shader, bestimmt auch ziemlich cool. Ja, jede Menge drin und das schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Wir starten mit Realtime Designer Lightning Kit, da können wir auch kurz mal reingehen. Dann haben wir einmal Ultra Volumetrics, auch ein Video. Sieht auch nicht schlecht aus, immer interessant wie die das machen. Dann haben wir einmal den Survival-NPC Sarah, ich glaube der war schon in diesem Zombie Humble Bundle dabei. Dann haben wir AI Scatter. Scatter Ences of Static Meshes, Blueprints Actors of Any Surface. Okay, ist immer interessant zu wissen wie die das gemacht haben, wie das gesteuert wird. Dann haben wir das Critters Volume 2 Kit. Und da haben wir kein Video leider. 20 High Quality Meshes. Okay, was es ist, sieht man ja. Dann haben wir das FPS Automatical Rifle Animation Set mit ganz viel Werbung drin, die blende ich natürlich jetzt wieder aus. So, da sind wir wieder nach der Werbeunterbrechung, jetzt geht's direkt weiter. Schön, okay, weiter geht's. Intelligentes Traffic System, auch mit einem Video dabei, wunderbar. Adaptive AI. Cool, also immer, also ich finde es eher immer interessanter, was das für ein Lösungsansatz ist hier, wie das geregelt wird. Also ziemlich cool. So, ich mache mal ein bisschen schneller, weil es sind ja super viele Assets hier. Dann haben wir, was ist das, Buildings Volume 8, Commercial Doors, okay, das sind einfach nur die Doors. 126 Half Nanite Versions, Half Low Poly Versions. Also eigentlich nur die Hälfte, beziehungsweise, okay, doch, die Hälfte, weil es nutzt ja entweder nur das eine oder das andere, High Quality, okay, alles klar, machen wir weiter. Dann haben wir den ersten Panzer, Leclerc, ist das irgendwas, ich glaube, das ist was Französisches, der Main Tank von denen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, ich weiß nicht, ob das jetzt perfekt ist, aber ich glaube, das ist eine französische Variante. Vielleicht steht sie unten auch, okay, mache ich mal weiter, bevor ich mich jetzt hier, Wolfsuche, das Bernhard, Barnyard, nicht Bernhard, Megapack, okay. Das kommt mir auch bekannt vor, sieht auch sehr schön aus. So, ohne Sound, ja, kein Sound heute. 263 Unique Mashes, also alles, was du hier siehst, kriegst du dann scheinbar auch. Und dann haben wir den Stylized Dome Shader, wunderbar, dass es hier ein Video dazu gibt. So, jetzt haben wir hier 21 Unique Materials, 60 Texturen. Cool, in den Shader will ich auch mal reingucken. Schön, okay, dann haben wir einmal Foliage, da gibt es wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Nochmal Foliage, 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 ganz viel, was ist das? Kein Foliage, Procedural Oak Forest, okay, im Grunde genommen auch. Nochmal rein. Aber das mit PCG, oder? Überfliegt nochmal eben. Okay, habe ich jetzt nicht gesehen, aber sehr wahrscheinlich, dann denke ich mal. So, dann haben wir, dann haben wir die Mobility Basics von MoCaps, oder die MoCaps wollte ich eigentlich sagen. Das sind 195 Total Animation Files. Jetzt steht wahrscheinlich jetzt hier noch ein bisschen, ja. Okay, dann haben wir Boxing, ich mache mal ein bisschen schneller. Oder schreibt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare, ob ich jetzt hätte schneller machen sollen, oder langsamer machen sollen, falls sich das interessiert. Also eher länger die Videos gucken, ein bisschen drüber quatschen, oder schnell durch und möglichst viel Content sehen. So, dann haben wir Rifle Basics. Abfahrt. Und Pistol Starter MoCap. Package, das kommt mir auch bekannt vor. Und Folage, Folage, Folage. Dann haben wir Echoes auf irgendwas. Dann haben wir hier, ah, Soundcloud Preview. Da gehe ich mal rein. Und Abfahrt. Und wieder zurück und weiter. Dann haben wir das nächste, wunderbar, auch immer schön in die Soundcloud hier. Und mal abchecken. Dann gehen wir ins Ambient System Loop Set rein. So, Soundcloud auch wieder. Wunderbar. Das wäre cool, wenn das alles hier zum Beispiel versehen ist. Klingt auf jeden Fall. In meinen Kopfhörern auf jeden Fall hochwertig. Also alles, was ich bis jetzt hier gehört habe. Aber ich bin ja jetzt auch nicht so der Ultrasound-Experte. Aber klingt gut. Ist ja einfach mal klingt gut. So, Ambient System Vol. 3. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel das immer ist. So, und jetzt geht es weiter. Pistol and Knife Animations. Sieht auf jeden Fall alles schön sauber aus, finde ich. Dann haben wir die Stylized Barrier Shader. Da habe ich ja Bock drauf. Einfach nur, weil es auch Stylized ist. Wie lange haben wir davon? Ähm, Instanzen 55. Okay, egal. Shelderspawn in Enemies, Portals. Schön, die sehen echt gut aus. Okay. Wo ich jetzt hier stundenlang drauf gucke, haben wir nochmal Foliege. Foliege, nochmal Foliege. Einen russischen Panzer. Und das Blacksmith & Nightpack. Nur die beiden. Oder was, oder wie, oder wo, oder warum. So. Achso, hier. Array of 8 Heads and 8 Racial Types. Alles klar, die kann man individualisieren. Und da ist auch schon der Book Generator. Da bin ich mal gespannt. Ja, ungefähr so habe ich euch das auch vorgestellt. Cool wäre auch übereinander. Einmal übereinander, bitte. Ja, sehr schön. Sehr schön, okay. Und 56 Animationen für Kreaturen. So, 56 Animationen, 6 Root Motion Animationen, 50 In-Place Animationen, Rigged to Epic Skeleton, offensichtlich. Und ja. Gucken wir uns noch eins, zwei an. Und dann geht's weiter. Dann kommen wir ins Blutility, Production Tools, Material Functions. Punkt. Five Quality of Life Functions for Working with Materials Instances inside your Projects. Okay. Gibt jetzt leider nicht viel aus. Ein Video wäre super gewesen. Nächstens ein kleines. Ein Termiten-Nest. Der Musik chillen die Termiten aber. Okay. Keine Termine. Nur das Nest. Dann modular. Suburban Metal Fence. Das geht hier. Okay. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiter gehen. Weiter gehen. First Person Base Arms. Gut. Auch klar. Dann Dry Animal Bones. Dann haben wir, ja. Tier Mist. So. Und ein schönes Foto davon. Und einmal den Flaggengenerator. Leider kein Video. Egal. So. Cardboard. Props. Volume 1. Ja. 17 Meshes sind es insgesamt. Kann man auch nicht viel zu erzählen. Echos of Adventure. Dann haben wir wieder Sounds. Gehen wir auch mal rein. Eben schnell. Und es gibt natürlich immer Merien. Es ist halt nur schwierig von der Zeit her das alles mal abzuspielen. Dann haben wir die Audio Odyssey. Deswegen schnappe ich mir immer den ersten. Dann kriegst du ungefähr einen Eindruck, wie sich das anhört. Der hat ein bisschen gedröhnt jetzt. Und es sind immer 10, wie ich sehe. Also in jedem Package hier auch. Gehen wir mal hier rein. Ambient Systems. Volume 1. Abfahrt. Und einmal FPS-Automatik-Gun-Animationen. Nein, Werbung. Okay, wir sehen uns nach dieser kurzen Werbeunterbrechung. Und hier sind wir wieder zurück im Studio. Und es geht auch direkt los. Also die Animationen sind alle richtig schön sauber aus. Richtig schön flüssig. Gut, okay. Weapon and Shield Animations. 36 Animationen insgesamt. El Classico. Mehr müssen die auch nicht machen. Die müssen eigentlich nur stehen und aufs Schild hauen. Hier, er macht es richtig. So, Hologramm-Shader. Okay, dann schauen wir mal. Auch sehr cool. Also hoffentlich. Und einmal die Developer-Tools. Okay, was auch immer das ist. Replace-Tool. Fast-Rename. Präfix. Post-Fix. Set-ASM-Material. Multi-ASM-Materials. Spawn-By-Socket. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles so zu zeigen. Okay, weiter geht's. Fences. Okay, ist auf jeden Fall straightforward. Dann haben wir nochmal Foliage. Dann nochmal die Doors. Also Building Tools. Toolset Collection haben wir hier. Da ist wahrscheinlich... Okay, es sind 10 High-Quality Tool-Sets sind am Start. Insgesamt 30 Material Variationen von den entsprechenden Sets. Dann haben wir Desert Embankments. Weiß gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich Schneeverwehrung oder... Sandverwehrung oder irgendwie sowas. Fünf Large Desert Embankments. Acht Unique Atlas Deacles. Ja, okay. Das wird es wahrscheinlich sein. Einfach nur so aufgehäufter Sand. Okay, also in einer sehr hohen Qualität. Fotos scant auch. Und ja. Ich glaube, dann sind wir hier mit dem Warrior Viking Male Set schon am Ende. Ja, sprechen kann die auch nicht mehr. Deswegen ist das ganz cool, würde ich sagen. Hier haben wir die drei Dudes. Und was haben wir hier? Mask Control, High-Quality Master Materials. Rigged to Epic Skeleton. Auch wichtig. Oder wenigstens einfacher für uns. Was haben wir hier? Array of Human Characters. Heads. Achso, unterschiedliche Heads auf jeden Fall. Weapons, Outfits, Herestyles. Okay, also das sind nicht nur die drei, sondern auch Variationen davon. Auch immer sehr, sehr gut. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, für dich war was dabei. Lass gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und ein Abo, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn du eine Frage hast, komm gerne auf meinem deutschen Unreal Engine Discord Server vorbei. Da können wir auch gerne über das Package quatschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder da oder am Sonntag im nächsten Tutorial. Unreal Engineer, Out. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann noch mal.